Herzlich Willkommen zum Solo Jazz Adventskalender der Dresden Head. Ich zeige euch heute die Apple Jacks. Okay, wie geht die ganze Nummer jetzt? Als erstes setzt ihr den Fuß hier vorne an der Seite so an. Rollt über den Fuß nach hinten ab, bis ihr auf der Ferse seid. Und dreht dann die Hüfte hier einmal so ein. Und dreht damit automatisch rum. Und setzt gleichzeitig den anderen Fuß hier wieder hoch. Das wiederholt ihr. Und dann kommt ihr hinein. Als Styling kann man noch die Arme nach oben nehmen. Das wird jetzt ein bisschen reduziert hier drin. Ich zähle nochmal mit Zählzeiten. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, das waren die Apple Jacks. Bam! 3, 3, 4, 5, 7, 9, 10. 13, 12. smartest. 15, 16, 18, 14. 15, 15, 15, 16, 18.